In diesem Video geht es um die besten Katzenfutter. Der Qualitätssieger in unserem Katzenfutter-Test geht an das Yosera Nature Cat. Mit 30% getrocknetem Geflügelprotein und 10% getrocknetem Lachsprotein. Erlesene Kräuter und gesunde Früchte runden die Rezeptur ab und bieten ihrer Katze eine leckere Abwechslung. Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs sowie Vitamine und Spurenelemente sorgen für eine gesunde Haut und glänzendes Fell. Ein pH-Wert im Urin von 6,0 bis 6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegenwirken. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Whiskas 7. Mit ihrem siebten Geburtstag kommt deine Katze in die besten Jahre. Um ihre Agilität zu bewahren, solltest du ihr jetzt Futter geben, das ihre natürliche Vitalität unterstützt. Whiskas Produkte für Katzen ab 7 Jahre enthalten Eisen und Vitamin B für eine gesunde Beweglichkeit und eine ausgewogene Mischung an Mineralstoffen, um zur Unterstützung gesunder Harnwege beizutragen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Katzenfutter-Test ist das Purina Gourmet. Verwöhnen Sie den Gaumen Ihres kleinen Genießers mit dem Nassfutter von Gourmetperle. Wählen Sie zwischen Gourmetperle erlesene Streifen, den unverwechselbaren Gourmetperle-Duetto-Kreationen und den köstlichen Sorten von Gourmetperle-Genuss in Soße. Die feinen Streifen in delikater Soße umschmeicheln die Sinne ihrer Katze auf einzigartige Weise und machen aus jedem Bissen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Gourmetperle so einzigartig wie ihre Samtpfote. Schonend gegarte feine Streifen, in einer köstlichen Soße serviert. In schmackhafter Soße gegarte feine Streifen in gleich zwei unwiderstehlichen Geschmacksrichtungen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.